hallo youtube und herzlich willkommen bei knock over gaming hier ist wieder mal euer homie für euch und heute gibt es eine runde call of duty modern warfare 3 als live aufnahme im private match mit ja mit einem waffenspiel und ich habe dafür mal ein paar leute mitgebracht weil wir uns gedacht haben jo es ist so kurz vor weihnachten das letzte mal in diesem jahr sozusagen zusammen hocken ein bisserl saufen ein bisserl zocken und dazu habe ich mitgebracht den qr of pain ist auch am start anu bus ist auch am start obwohl er nicht mitspielt glaube ich der count ist dabei headshot ist mit am start hallo hier in meiner liste steht noch die nur aber der wird nicht da sein nehme ich an also machen wir weiter mit russ fox na wenn der relaxo was geht los da rein der dealer und der fuego servus also ein haufen neue leute die hier ich erst das erste mal mit ins youtube bringen so für euch und ja wie gesagt waffenspiel auf erosion mit wie viel sind wir 2468 so neun mann ungefähr grob überschlagen kann ich zählen noch ja und ich würde erst mal sagen wir stoßen noch mal an bevor wir loslegen und dann legen wir uns erst nach kippen ich hab grad schon groß 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 das ist sehr schön hier gut also ich würde sagen du kannst dann anfangen übrigens hier genau was war das jetzt ich habe gesagt jemand muss meine haare spät halten wenn ich kotze ja und dann ist das geil trinker noob alles klar ach du scheiße mit was geht es hier los ich habe ja also hier das ist volle überraschung möglich aber ich kack grad ich kack 100 pro sowas von derbe ab weil weil ich spiele echt ohne sound dass man das hier auch nicht alles hört nein ja ja eins als schild krieg ne marke das ist nicht dein ernst alter waffen rang verloren du kannst mich mal auch viel weiter hinten hier so kaputte menschen hey dino ihr kriegt das erst jetzt nicht seid ihr auf den kopf gewandert haben nee nee wir wir nehmen gerade auf für youtube eine runde waffenspiel mw3 wir nehmen gerade auf ja dann moin und so wo hat der count schon eine waffe her ne richtige ja ja aus pakistan im potenzial der hat den max aus dem arsch gezogen ja schafft doch ja okay ja sorry das war gerade das einzige was mir so einfällt das neifen ich habe nur krüppelwaffen reingetan extra für euch was ist doch waffen spiel ooooh weil der dealer schon ne kalk ks g her verdammte scheiße Alter wie soll man das machen auch sehr gut mit der jabel in ganz Bernden du hast doch gemacht alter Das war doch deine Idee, Eike. Das war ne Scheiße Idee. Vor allen Dingen so zeitig im Game, das versteh ich nicht so ganz. Baaah! Loool! So skilled, so skilled. Oh Gott! Guck dir den Fego an! Chaplin, Chaplin! Du Arsch, LaFego! Du Arsch! Wer hat mich geneift, da? Ja, Headshot, ey! Du hast schon viermal gemestert, ey! Loool! Ich krieg die Wacke, ey! Oh, schon wieder Schild, ey! Fickt euch doch mal, ey! Da steht er da oben plötzlich, ich krieg ne Handball, ey! CM901, wer spielt die denn noch, ey? 6 zu 9! Sag mal, Anno, warum hast du mich angeschrieben? Was willst du denn das? Nein! Warte! Boah, wie soll ich das machen mit der Chaplin auf der Map? Sag mal, wie bist denn du schon auf der Chaplin, verdammte Scheiße? Das war voll einfach, aber jetzt läuft's gar nicht mehr! Man kriegt auch keine... Ja, geht doch beide auf den See! Ich hasse dieses Spiel! Dreh's dir ruhig rein! Dreh's dir ruhig rein! Jaaaa! 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 Genau so, halt so in dein Gesicht, ey! Der Fügo, der Knife ist nie! Nein! Wo kommt der Dealer her? Bleib stehen! Oh, Russ, was ein dummes Arschloch! Ich bin schon wieder auf die Chaplin! Oh mein Gott, Chaplin, jetzt krieg... Jaaaa! 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 Also ich hab die Chaplin in der Hand, PH! Was willst du von mir?! Wie, 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 wie feuer ich überhaupt ab, die Chaplin? Ich hab in meinem Leben noch nie ne Chaplin-Hab gefeuert in dem Game, ey! Das dritte Mal, dass ich die Chaplin geschafft hab! Jungs, ich bitte euch, rechts vor links, ja! War das rassistisch gemeint? Ey, ich bin wieder da! Ja, ich hab einen getroffen mit der LOL! Ich krieg die Macke! Boooom! Irgendwann gesiegt, Alter! Mal nur behinderte Waffen, ganze Messerschutz! LOL! Ich hab eh auf Instant einen mit der Scheiße getroffen, ey! LOL! Double Kill? Mann, ey! Oh, ist das geil! Scheiße, der Count, ey! Oh, ich krieg das Spannung! Jaaaa! Was?! Alter, das gibt's nicht, Alter! Mein Life-Wort drauf! Ja, komm! Scheiße, Alter! Oberster Waffenrang, ne? Nein! Das ist nicht dein Ernst, Russ! Äh, Headshot, Alter! Ja! Max! Jetzt messern wir alle, oder was? Ich messer noch! Ja! Was soll das denn messern, ey! Nein! Nicht alle, ey! Ach, ihr Homos, ey! Mit eurem Gemesser, ey! Voller Wunschrein hier, was ist denn hier los, ne? Hier muss man ja alle filzen! MP7! Alter! Neue Runde, aber die MP7 nimmst du raus als letzte Waffe, ey! Ich fand das genial, den Einfall. Kann man jetzt letztes Spiel machen? Ich hab euch auf die Schnauze und... Ich hab die meisten Kills! Hier, wir machen gleich noch ne Runde, wir bleiben in der Aufnahme, ey! Alles klar! Wie in Level 1! Also... Ich mach grad die MP7! So, dann muss ich mein Name nochmal anpassen, ja! Ist aber too much Ruppe-Schreie hier, Alter! Max, nimm doch nicht rum, Alter! Jetzt einmal! Ja, das ist doch klar, Alter! Wer weiß wie vielen Leuten nimm, Max! Also bitte! Ansonsten war aber gut, oder? Hast du jetzt auch... Ja, äh, die Javelin, die fand ich bissl nervig, also ich mein, ich hab beim zweiten Schuss getroffen, aber ansonsten... Ganz witz, ich hab das dreimal gemacht! Könntet ihr mich mal einladen? Ja, bitte, das wär schon nett und so! Komm doch einfach rein! Robi! Was ist? Hast du die Aufnahme gestoppt? Nein, die läuft! Ich hab doch gesagt, wir machen gleich noch ne Runde, die kommt schon, das war hier grad nicht unter 10 Minuten! Ich bringe es da aber raus, ja! Wer? Hahaha! Wie sollst du das mit den Haaren halten und im Kopf? Wer ist raus? So, ich bin drin! Könnt ihr einen Moment warten? Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Dauert weniger als eine Minute! Ich schwör, Pickmeckerextration! Mach das, mach das! Dann geh ich auch piffen! Gehten alle pissen! Ich geh lieber noch ein Trinken! Allgemeine Pinkelpause, schließe ich mich an! Wie jetzt? Nichts Pinkelpause! Die Aufnahme läuft noch! Jetzt bleibt endlich hier! Ich spiel grad nebenbei ein bisschen Iron Man 3 auf dem Smartphone, Jungs! Ah, scheiße! Komm mal jetzt Musik nehmen! Keine Beherrschung, die Jungs, ey! Keine Beherrschung! Tja! Ja! Gut! Welche Leute da im TS? Au! Wie? Was TS? Ja! Ja! Keine Ahnung! JJ Lillipeter! Geweihelf! 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 Wer auch immer das ist! Kenn ich noch! Geweihelf! Runterschmeißen! Omi! Ach echt mal! Es ist irgendwie sowieso recht komisch, was für bei uns auf dem TeamSpeak manchmal für Gesocks rumloing denkt, also... Der Remake ist online! Der Remake ist online! Hier, ähm, ähm, Count, was nimmst du jetzt, änderst du jetzt so respektive alles oder nur ein paar Einzelheiten? Ich hab jetzt nur die, ähm, das Ende, das Ende geändert. Soll ich noch mehr ändern? Jetzt mal kurz leise werden? Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die Javelin könntest du eigentlich wegnehmen, wenn ich ehrlich bin. Hallo und herzlich willkommen! Darf ich aussprechen? Sag mal! Also, ich find das so schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute Abend! Und ich möchte nochmal, jetzt wo ich wieder hier bin, nochmal anstoßen mit euch alle... Warte, warte! Ich muss meinen Whisky nachfüllen! Warte, alle nachfüllen, alle nachfüllen! Weil man nicht aus der Flasche trinken kann! Nein, das ist, komm schon! Ein bissl Stil muss sein, ne? Ein bissl Anstand! Ja, scheiße! Also, Alter! Ich möchte jetzt hier keine Diskussion anfangen, Homi! Das lassen wir jetzt so gelten, ja? Sagt ihr Bescheid, wenn ihr so weit seid? Atemlos durch die Nacht! Also dann hier... Ich sag jetzt mal... Ich nehm das jetzt gleich mal so als das Video, wo ich mich äh... Weil wir gerade so im Hauptmenü rumballern... Ähm... Als... Von mir persönlich jetzt als Dankeschön an meinen Clan, an alle Leute, die hier sind, die mit mir jetzt seit fast 3 Jahren an diesem Clan basteln, die mit mir fast seit 3 Jahren an diesem Clan sind, die seit 2 Jahren, seit einem Jahr, seit diesem Jahr, wie auch immer dabei sind... Danke an euch! Danke, dass ich mit euch hier auf... Im geilsten Clan auf Erden sein kann, sein darf! Ja... Prost, Leute! Prost! 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 Prost, Mahlzeit! Miau! Prost! Achja, und nächstes Jahr bitte Clan treffen, ne? Alle erscheinen! Ja... Ganz rechtzeitig ist... Pflicht! Sonst Kick, Alter! Genau! Jetzt muss ich aber sagen, ja... Ich hab heute... Ich hab heute meinen Pass bekommen, ja... Der hält 10 Jahre, wir können jetzt 10 Jahre lang Clan treffen machen... Ich hab... Ich... Ich hab heute schon... Alter, was ist denn hier? Hey Remake, du bist live im YouTube! Sag Hallo! Remake! Remake! Remake, du hast doch... Du hast doch Facebook gelesen, oder nicht? Heute ist doch Saufer und Zockertag hier! Saufer und Zockertag, nämlich... So, wollen wir jetzt starten? Warte mal kurz! Ich wollte noch sagen... Ähm... Error of Pain... Ich hab vor uns mit Eike schon geredet, dass wir uns Anfang nächsten Jahres gleich hinsetzen... Weil das ist ja nicht mehr lang hin... Äh... Einen festen Termin fürs Clan treffen machen... Dass der... Dann... Damit jeder weiß, wann Urlaub zu nehmen hat... Genau! So machen wir das! Hier... Äh... Also von mir... Sollen wir nicht nochmal ne neue Nahaufnahme starten, weil wir jetzt zwei neue da haben wir ja? Nein! Nahaufnahme? Ja, nur Kuna und Remake sind da noch drin... Also... Ah, nein! Wir ziehen durch! Fertig aus, Max! Ja... Los! Eike! Drück auf Starten! Los geht's! Waffenspiel! Erosius! Ich hab auch keine Klassen, Alter! Ich hab auch keine Klassen, Alter! Ich hab auch keine Klassen, Alter! Was machen wir denn jetzt hier? Waffenspiel, Mann! YouTube-Aufnahme läuft nebenbei! Oben, links steht... Tssst! A bissl... A bissl series, bitte! Wollt ihr mich rollen, ihr Pops? Wollt ihr mich rollen, ihr Pops? Nein, 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 nein! Boah, mag's, Alter! Du kannst mich mal count, ey! Du hast mich gemessert, Alter! Ey, Rotzi, ey! Das melde ich dem Amt! Das melde ich dem Amt! Das melde ich dem Amt! Gedenk! Lauf! Was war das denn? Was war das denn? Welcher Schwester? Wie ist Horst? Alter! Ich bin Horst! Ich bin Horst! Bossvorteil! Ja! Ja! Messer doch, Georg, Alter! Du Spaten, ey! Oh mein Gott! Das glaub ich doch nicht! Oh Gottes Himmels Willen, ey! Was? Titi! Warum hitfuck ich jeden nur mit dem Schild und dann wird er mir vor der Nase weggeklaut! Sauerei! Alter Schwede, ey! Sieh was los! Sauerei! Und wer war für Messer und Kur-Ego, du Spass, ne? Nein! Was ist? Welcher Spass hat mich jetzt grad gemessert, ganz im Ernst? Das Messern ist echt miese Sache, Alter! Also wegen der Hausordnung, ne? Die können sie so nicht machen! Ich. Sauerei! Sauerei! Was los! Ich hasse die Scheiß! Was ist denn für ein Scheiß, Moody? Alter, der Dealer, der ist schon beim was weiß ich für ne Waffe, ey! Sauerei! Sauerei! Nein! Nein! Ey! Das gibt's gemessen, ne? Jungs! Was? Du kannst mich mal! Ich hab hüten! Ich hab mit ne RPG! Fuck off! Fehlte ne zu neun, ach fehlte ne neun, ich krieg's ja Ist doch scheißegal in dem Modus hier, man Nein! Was? Oh nein! Krieg der Teufel Alter, der rennt hier noch mit dem Einzelsschild rum Ich, ich komm nur voran hier Ey, du Puego Der Puego ist nur am Messern, ey, kick Oh, nein Killklau jetzt, euer Ernst Nimm mal scheiß Schild raus, das ist doch behindert Ey, das Schild ist cool, Mann, ey Ich geh danach raus, das ist mir zu dumm Was, Fox, ey Was, der ist schon fertig? Ich bin zweiter Was ist mit dir los, ey? Papa, bist du ein Brüller, ey? Was war das für Scheiße? Was hat sie gesagt? Mal ein bisschen im Brüller Alter, Eike, jetzt mach das mal Mach mal, mach mal hier irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie alles und nichts Ich kann nicht mehr Waffen machen, tut mir leid Äh, ohne Scheiß, ich hatte gerade keinen Überblick Ja, und ich bin immer zweiter, oder was? Ja, und ich bin immer zweiter, oder was? Na, pass auf, pass auf, wir machen das mal anders Wir gehen jetzt nochmal raus Äh, pass auf, ich, ich, ich beende erstmal die YouTube-Aufnahme, würde ich sagen Äh, und dann, und dann sehen wir mal, was wir noch so, äh, auf die Beine kriegen Vielleicht schaffen wir ja noch ne Runde irgendwann auf Also, heißt das, ich kann die zweite Flasche aufmachen Äh, also, ich, ich sag erstmal, wie gesagt, äh, nochmal an meinen Clan, dankeschön, dass ich mit euch hier sein darf Ich sage an die Leute da draußen, die uns zugucken, dankeschön, und, damit bin ich weg, und jetzt dürft ihr euch noch verabschieden, bitte Ja, haut da rein, ja Tschüss Gomi, du bist doch betrunken Oh, Changhao, Shu Ähm, Eike, wo, Eike? Woher weißt du das? Also, dann, wir sind mal weg, macht's gut Tschö